Was ist das Besondere an der Fertigung der Seat Tarraco bei uns in Wolfsburg? Das Besondere an der Fertigung der Seat Tarraco bei uns in Wolfsburg ist, dass wir die Vorteile des modularen Querbaukastens vollständig auch in der Produktion nutzen, weil der Seat Tarraco ein Schwesterprodukt vom Volkswagen Tiguan ist. Was ist das Besondere an der Fertigung der Seat Tarraco? Wir sind in einem großen Konzernverbund und es macht einfach Sinn, das Auto hier in Wolfsburg zu fertigen. Uns freut es sehr, das Auto hier vom Schlappel zu lassen. Die Fertigung des Seat Tarraco hat für den Standort Wolfsburg und das Produktionsnetzwerk der Marke Volkswagen eine besondere Bedeutung, weil wir im Rahmen unserer Zukunftspack-Vereinbarung ihn als zusätzliches Modell in die Fertigung mit aufnehmen, darüber entsprechende Synergien und Scale-Effekte erreichen können. Das Fahrzeug ist komplett in Spanien entwickelt worden bei uns in Seat und dann mit einer wirklich begeisterten Mannschaft hier vor Ort gemeinsam zur Serienreife gebracht worden und das in kürzester Zeit.